Hey Uli, gut abgewehrt. Kannst du aufstehen. Moment, ich höre noch Brückengeflüster fertig. Was flüstern die denn schon wieder über uns? Mest mit, Hörner. Ja, gemein. Für alle, die wissen wollen, was hinter den Kulissen von Lila Weiß passiert, entdecke das Brückengeflüster, den VfL-Podcast der NOZ. Immer dienstags auf NOZ.de und überall, wo es Podcasts gibt.